4C1 Channel 4C1 Channel wird in Vereinigte Arabische Emirate ausgestrahlt und ist mehrdecks Immobol. Die Sprache dieses Channels ist herzig. Entfernen die Identität der Family, regelmäßig zeigen die Abtreibung für die Mädchen, die Förderung der Gleichgültigkeit gegenüber der Family für den Feminismus und Satanismus sind andere Aktivitäten dieses Channels. Mehrder kann die politischen Entscheidungen in der ganzen Welt beeinflussen, weil er reich ist und viele Mädchen hat. Und heute die Mädchen eine große Rolle bei den öffentlichen Meinungen spielen. Er geht zur Kirche und bringt nicht wie gleich andere Juden seine jüdische Identität zum Ausdruck und stellt sich als orthodoxer Christ vor. Jetzt sehen wir, wie er für die Zionisten arbeitet und finden seinen Einfluss in der Weltpolitik.